Hallo und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die Minikabin. Ich bin immer noch in der Wüste und ich hab mich schon mal hier in der Tanke verkrümelt. Ich hab nämlich versucht hier noch ein paar Vitamine zu finden. Aber hier war noch drin. Außer der Tod. Außer der Tod. A cup me getötet. So, ähm, gut. Ähm, ich wollte da drüben rennen. Ich bin vorbereitet. Inventar ist leer. Also, für meine Verhältnisse wieder mal. Moment mal, das geht ja so überhaupt nicht. Schon besser. Nein, den wollte ich vorhin schon mitnehmen, aber... Ich wollte erst mal warten. Geh weg von meinen Hubschrauber, du alte Thun. Bin's wohl. So, warten sie mal. Ich werd mal kurz hier... Genau. Mal schnell durchziehen. War drüben. Denn... Da ist sie schon. Sie ist voll am durchziehen. Habt ihr das gesehen? Die wollte durchziehen. Voll Möhre. Nisch mit durchziehen. Oh, ey. Ah, du lebst hier an schön gefährlich, Mädel. So. Huh. Ha. Was, wo? Nehmen Sie bitte Ihre Hand. Roni ist mal kurz zur Seite. Ich seh die Hand nicht. Es ist über uns. Es ist vor uns. Es ist unter uns. Jetzt ist er draußen. Lass es raus. So. Mhm. Muss da drüben hin. Er muss da drüben hin. So. Was ist jetzt hier? Eine Sprungpassage. Na, da. Nimm mir aus dem Weg. Gut. Ich wollt grad sagen. Hier bin ich genau richtig. Aber nein. Roni würdet verhindern. Die alte, kleine. Klumpskuh. Muss ich nochmal zurück. Ne, das kann ich später machen. Ja, sorry. Gut. Ich hab's hier sehen. Oh. Äh. Ja, nee. Ist klar. Ich werd bestimmt da rüberspringen. Ja, Siggi werd ich das tun. War nicht. So. Ähm. Es sieht sehr, sehr, sehr stabil aus. Dann muss man bei Seven Days hier immer vorsichtig sein, ne? Das war alles? Äh. Ich wollt grad sagen. Nicht zu weit springen. Das ist wirklich alles. Und das ist echt enttäuschend. Das ist jetzt, äh. Naja, gut. Also das ist ein wenig. Weniger als ich gedacht hab. Aber dieser. Da unten sind. Nein. 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 Warum denn? Warum mach ich denn so? Äh. Drohni. Ja, ich hab hier ein kleines Problem. Es kratzt schon wieder am Popo. Ja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt häng ich mitten drin. Toll hast du's gemacht. Naja, gut. Kannst ja nix dafür. Ich häng will da voll drinnen. Es war klar, dass das passiert. Ich wollte bloß außen rum. Laufen. Nicht mitten durch. Verdammt nochmal. Steckt da meine Nasenfälle zu tief in Angelegenheiten, die mir nur angehen. Hey. Wem haben wir denn da drüben? Hey, wem haben wir denn da? Na toll. So, äh. Weiter geht's. Ähm. Toll. Mhm. So. Alter, Drohni. Jetzt lass das doch mal. So, ich muss aber hier stehen, hier. Es läuft flüssig. Ungemein. Verdammt. Geil. Flüssig. Vor allen Dingen, ich hab nämlich alles hochgedreht gerade. Also vorher. Ich hab nämlich Sachen eingestellt, die eigentlich mit euch nicht tun. Nee, ja doch. Irgendwie schon. Also Aufnahme technischerweise sollte auch gut laufen. Aber Performance mäßig sollte es für mich besser laufen. Und der tut es. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, was ich jetzt alles anhabe. Also alles. Was Schaturen und so an ihnen tut, hab ich mir ein bisschen was angeschmissen. So, und dann hab ich jetzt was bei OBS eingestellt, dass das auch so rüberkommt, gut. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ein Koffer auf der Peste. Nee, das müssen wir dann kicken. Armee. Ein Armee, Töv, Töv. Töv, Töv, Töv. So, dass die Holzfabrik war. Können wir kurz reden. Ist ja keiner da. Naja, gut. Mit wem rennt ihr denn? Warte da drüben. Ich komm mal gleich rüber. Bei denen ist ja eh alt verloren. Dann brauchen wir das Auto auch nicht mehr. Ich nehm das mal mit. Bin mal so frei. Ich freigeist. Ich freigeist. Entschuldigung. Da kloppt sich irgendeiner hin. Oh, ich muss husten. Schon wieder. Immer saugünstig. Ich saget euch. So, abgerhustet. Ist ja was los. Äh, das war nur fake, ne? Das ist ja keine Mine. Das war keine Mine. Kleinen Moment. Erstmal Randali bei mir. Ey, mein Handhandy ist da, 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 da. Bauen sie irgendwas rum? Und diese Überspannung, die sind extrem, sind die. Ich hab das jetzt, da, ne Trillionen Kilometer entfernt. Geh mal zur Seite, Junge. Na toll, jetzt muss ich mir das doch holen. Ähm. Trotzdem kommen die Überspannung, Spannung rüber. Oh, scheiße. Jetzt muss ich doch wegfriesen. Ich hab das nämlich oben durchzuliehen. Eigentlich dürfte das nicht passieren. Aber irgendwie zog das trotzdem unter Ohren. Oh, kommst hier nicht rein. Ich hab's ja leider gesagt. Du kommst hier nicht rein. Master, we are not alone. Bitte redig nicht. Ey, jetzt mach ich mir Sorgen. Der ist jetzt nicht der schmalste Hans. Also. Wie konnte ich den da drin übersehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich sag mal, Drohni ist schuld. Die hat mich abgelenkt. Ich hab den nicht gesehen. Ruzifix. Ich weiß, dass jetzt gleich welche um die Ecke PS kommen. Also im besten Fall der... Also, was heißt es im besten Fall? Im normalen Fall würden die das tun. Deswegen fahr so ruhig dazu. Mal kann ich die nicht so die Wehne wegkloppen. Die warten ja, dass ich jetzt da durchkomme, ne? Wegnehmen. Aber einen anderen Weg. So rein theoretisch müsste er jetzt die Einer sehen. Nein. Theoretisch. Neoretisch, Sarik. Es hat nicht hundertprozentig funktioniert, aber es... Fast. Fast. Ich hab's versucht. Also, ich hab ja alle durch jetzt. Gut. Okay. Weiter jetzt. Okay. Nase. Gut. Weiter jetzt. Huh. Ha. Äh. Da durch. Okay. Ja, ja, warte mal. Komm, wo hab ich doch schon... Ja, spät. So. Gut, dass ich die Schnüpper mit bei hab. Hatte ich ja damals gesagt. Ist eine total doofe Idee mitzunehmen. Wird die jetzt da oben, die brauchen können. Sag mal, kann ich hier nicht irgendwie... Das ist doch beschiss. Ich weiß doch, dass die da sind. Die sind nicht zu sehen. Das ist doch alt Mumpitz. Man, das fährt auf der falschen Seite aufs Zäum. Da sind Fohle. Und da ist auch noch Fohle. Moment mal. Der Schneider ist unterwegs. Da haben sie diesmal nämlich nicht gerechnet. Ähm, dass ich nicht treffe. Haben sie nicht mitgerechnet. Und damit... Also jetzt wird's aber langsam. So, Ena. Na, ich doch. Mal, kann ich jetzt von hier oben? Was? Oh, links. Rechts. Nehmen Sie bitte Ihre Hand. Achso, das ist ja schon der andere Raum. So schnell sind wir doch noch. Ja, nicht. Obwohl, eigentlich könnte ich ja machen, wie ich will. Was denn? Du bist es doch ja nicht, Roni. Du meinst ruhig. Joa. So, wo sind sie, die Racker? Wacker, 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 wacker. Moment mal, ich kann sie auch so machen. Ich hab ihn gesehen. Der ist grün. Ah. Da ist ein Füß. Ich hau ihm die Füße weg. Denn wer keine Füße hat, kann sich nicht mehr wehren. Ah, 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 ah. Oh. Er hat dieselbe Tiki-Taki. Er wollte Enaudel selber machen. The hell. The hell. Also, mich mit ihm zu unterhalten. Vielleicht kann man es ja so regeln. So. Äh, ausgetrickst. So, jetzt kommt der Dingo. Also, der da gerade durchs Glas durchzukommen. Naja, gut. Wenn er Spaß hat, lassen doch. Tü, 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 tü. Ey, sechs Holzrahmenformen. Ist genau das, was ich brauche am Tag? 114. Bin ich in der Lage, mich das mir selbst herzustellen? Das ist nicht möglich. Das geht nicht. Munition. Ach, stimmt. Vitamine? Ey, komischerweise, das schmeißen sie sonst hinterher, wa? Hä? My senses have picked up something. Hä? Wo? Also, entweder siehst du Dinge, die ich nicht sehe. Oder du bist, äh, eine Seherin. Verbrennst du. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. Es sieht frei aus. Oder was hast du, Drohni? Verschlossen könnten wir rinnen. Tü, tü, tü. Da muss ich mir nennen. Es wird schon wieder dunkel. Was soll denn das? Wir sind doch gerade erst mal angekommen, wa, Mädel? Geht's dir gut? Immer noch keine Vitamine. Hm. Schau dir mal die Lampe. Ich habe so das hierfür, du wirst die... ...eher nicht mehr brauchen. Naja. Es ist besetzt. Naja, gut. Kannst rennen. Es riecht. Nach Stimmgefuß. Ja, ja. Ich schließe mal kurz die Tür. Hier sind schon zwei, die sehen ihn kloppen. Hört sich jedenfalls danach an. Ein Rohr. Aber sonst... Erstmal nischt. Hier, das kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo Vitamine sind. Hm. Das ist doch wirklich sonst so immer... Hier, nimm das! Hau ab! Hau ab! Und jetzt, wenn du was brauchst, ist das nicht da. Jetzt immer noch nicht schafft. Denn wird das jetzt auch nicht mehr schaffen. Oh, er ist doch ganz schön weit gekommen, wa? So. Full-Treffer. Schrauben, schrauben, schrauben. Und weiter. Schrauben, schrauben, schrauben. Fertig. So eine Scheiße. Ich hatte es überlegt. Naja, eigentlich hätte ich es mal zum Trinken herstellen müssen. Habe ich auch getan? Steht bloß auf dem Tisch. So. Jetzt ist das Trinken auch bei mir. Da, wo es hingehört. Äh. So. Jetzt muss ich erstmal kicken. Immer da. Da ist immer eine Kleinigkeit drin. Ja, ich würde so klein sind aber auch nicht. Ich gehe jetzt da hin. Weil ich es kann. Ja, ja. Aber erstmal. Wollen wir uns wie immer das Auto aus. Malerweise ist doch das Dach kaputt, ne? Und das Auto ist eigentlich eingequetscht. Genau. Das ist genau das Haus. Verrückt. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich mache hier einen Weg hinein. Das ist aber ein Schnickergarten. Auf irgendeine Art sind... Wenn die... So glatt buddeln tust und... Dann sind die... Ja, nicht mal so schlecht. Ja. So. Achso, da drin. Genau, hier sind wir richtig. Sehr, sehr viele... Äh... Yumi-Muffen. Ein paar Yumi-Glady-Muffen, Mensch. Hier bin ich. Hier hinten. Hier, du musst hier rum. Ja, 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 ja. Ja, richtig. Ja. Du hast was verloren. Na gut. Ihr schafft es doch mit Ehenarmee in den Tadeohren zu hauen. Davon abgesehen. Jetzt ist ein bisschen doof da. Dafür kaufe ich ihm jetzt die Piepen. Ja. Was ist denn da los? Ich lasse ihn mal aus, ne? Ich will ja auch nicht, dass der einfach so ausrastet. Außerdem will ich die Tür haben. Legen Sie sich hin. Füttungsstellung. Genau. Oh, schön masselt. So, wo waren wir stehen geblieben? Achso, Schrauber. Check. Muffen. Checken. Also, ich bin dabei. Ich bin reich. Das war jolt. Es hatte niemanden gehört. Da stand kein Name drauf. Also darf ich mir das nehmen. Mach nicht schon wieder an die Pferde, schau. Ich hab schon wieder Knast. Ich hab schon wieder Hunger. Ich erst mal kalte Hunde. Ja, eigentlich scheiße. Aber die liegen schon eine Weile in meinem Rucksack. Also sind sie schon ein bisschen kalt. Und nicht mehr. Hot. Und ob das wirklich ein Hund ist? Äh, gut. Könnt mal bitte das Thema wechseln. Wie kommt man auf sowas? Ey, dass man sowas Hotdog nennt. Das geht nicht zu. Raum vom Dackel, oder wat? Oder wie? Der ist ja oben noch ein bisschen beschäftigt. Gut, 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 gut. Da haben wir denn noch genug Zeit, hier das ein bisschen auszuräubern. Und mit ihm zu kommunizieren. Er will nicht mit mir sprechen. Er bricht aus. Ey, das ist noch eine Muffe. Muftet den, muftet den zum Täter. Gut. Was ist denn da? Die Bulli ja kacke in der Wend drin. Äh, in der Wand drin. Gut, bevor ich in die Tür kacke mache. Ihr wisst ja, wie ich da zustehe, ne? Ich hab dir mal kurz in den Rücken geschossen. Warte mal, ich zieh dir mal hinten mal aus dem Rücken mal raus. Du hast da was drin. Der hat voll den Beat. Entschuldigung. Das ist der fliegende Flamingo. Naja, gut, wa? Kannst du aufhören. Hat das eben... Plural, seine Brüder. Achso. Und denn auch nur Tarnung. Also, die er anhat. Ohne... Lemon? Ey, hier ist nur Scheiße. Vitamine? Brauchst du nicht. Warum denn auch? Ist der Egleiwelei heilt. Von der ganz alleine. Sind ja bloß nur 28 Minuten. Shit. Hier geht ein Griff in die Kasse. Kannst du denn die machen? So, ähm... Gut. Die ist natürlich mir direkt ins Auge gesprungen. Wie warten mit die... Habe ich die anderen alle? Also... Ist jetzt nicht, dass ich jeden Raum einzeln nochmal nachreden würde. Also... Gegen sowas. Sowas würde nie ein Mensch tun. Warum sollte man sowas tun? Zurücklofen und nochmal nachfragen, ob man eine Heizung vergessen hat. Sowas würde man nicht machen. Nee, nee. Oh, hab ich einen Schwein, dass ich sowas nicht mache. Ich hab mich im Schrank verlofen. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Ja, schön. Schön, schön, schön. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, hier. Gut. So. Was ist denn da hier? Nee, doch. Mach mal Tür nicht kaputt. Wie mach ich ja denn kaputt? Hast du schon wieder... Halt hier essen? Kann nicht sein. Das hört sich nach Flatulenzen an. Dolierenderweise wollte ich gerade sagen, aber nee. Äh, mach mal lieber sein. Da hab ich ein Loch drin im Boden. Da auch. Mhm. Ping. Poing. Es hat sich richtig gelohnt. Es war der Wahnsinn. Wow. Parcours. Mit ein paar Blättern. Ui, joi, joi. Das hab ich auch nie gesehen. Du entkommst mir nicht. Du nicht. Das hab ich schon für ganz... ...Wien ja. Blödsinn gemacht. Nee. Warte. Da ist ne Tasche. Möchtest du hier haben. Und ich werd dich kriegen. Hoffentlich doch. Ich hab sie gefunden. Ich darf sie behalten. So ist immer die Regel. Wo ist das ungeschriebene Buch? Oh, draußen. Gesetzbuch. Ich bin zu doof. Ich komm noch nicht ran. Drohni, komm mal her. Mach mal Ruckepack. Ihr könnt zwar hier die Blöcke nehmen, aber... ...du bist ein bisschen weicher. Das ist auch ne Hilfe der Zeit hier. Yay. Das ist ja richtig der Wahnsinn, der Loot. Alter, ich weiß ja nicht, wo... ...das trägt ja mit den ganzen Loot, Mann. Boah. Und die ganzen Knochen, Alter. Wow. Sarkasmus. Guten Tag. Sehr aufwendig. Ach, das ist doch scheiße. Entschuldigung. Master, wir sind nicht allein. Man, 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 man. Geh mir aus dem Weg, Doni. Dankeschön. Mann, oh, man. Mann, oh, man, oh, man. Hey, ne Heizung. Ui. Schnecke Ding. Und ne Lampe. Ui. Schnecke Ding. Ne, warten Sie mal kurz. Ach so, ich seite da hoch. Mal abholen. Wie jetzt? Äh. Nein, ist denn das passiert? Ich hab die zu Hause liegen lassen? Warum mach ich denn so was? Oder hab ich die einfach in... Hubschrauber. Ich sag, ich hab die jetzt erst... Hubschrauber gepackt. Gut, das ist aber kein Problem. Wir machen ihn aufs Niggi Piggy. Diese Piggy kommen später dran. Einer ist noch. Ich seh den bloß nicht. Jetzt sieht er. Äh? Gut, jetzt nimm ich doch die Knifte weg. Ich hab ein schlechtes Gefühl über dir. Moins. Na, du kleiner Schlefi. Schlafi. Schlafi. Gut, wer soll ich... Egal, mein Dick. Hier, ne Tasche. Yay. Äh, na. Äh. Erstmal Vitamine. Eventuell, mein Dick. Ha. So. Natürlich nicht. Und? Vitamine? Nee, aber Repair Kits. Na, was für ein Zufall. So, was haben wir hier? Äh, Bücher. Mhm, 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 mhm. Jeder? Äh, äh, äh. So, äh. Äh, so. Warte mal, ich mach das mal clean. Und dann können wir gleich mal nachkicken. Ich open dit mal. Wat war'n da jetzt drinne? Hat dit Ina gesehen? Aber stimmt dit geizte Zeug, wat geht? Geht. Ist ja der Wahnsinn. Na gut. Ich hörte schon, wenn wir da draußen stipsen. Äh, stipsen. Stipsen. Ey, geh mal kurz runter an die Anstupsen. Lasst uns stipsen. Ja, ja, du, ich gehst. Ich hab's eben gesagt. Lasst uns anstupsen. Stupsenderweise. Können wir uns hier erlaufen. Achso. Er war einfach bloß hinter uns. Oh mein Gott. Gut. Ich werd hier nie rauskommen. Na so. Ganz bestimmt nicht. Ja, du kannst hier noch wat auf den Millimeter anvisieren. Du klopst der Fallschirm weg. Ach, naja. Gut. So. Ähm. Wo hab ich die parkt? Da. Ne, Moment mal. Wo hab ich denn die parkt? Ich war da. Ich wollte da, da. Es wird ja nie angezeigt. Clever werdet, wenn ich das markieren würde. Weil dann würde ich mich immer wiederfinden. Das klingt in meinen Augen logisch. Hm. Gut. Äh. Äh. Dieser bestimmte Winkel. So, äh. Das einfach mal. Äh. Jetzt hab ich das ja schon rüber. Da sind sie doch. Ich hab da gesagt, ich hab sie nicht vergessen. Ich hab's bloß verlegt. Verjessen und verlegen sind zwei verschiedene Turnschuhe. Gehen ähnlich aus. Sind sie aber nicht. So, warte. Nochmal. Einen Mais brauch ich nicht. Einen Glas brauch ich auch nicht. Äh. Ich glaub, ich werde das nachher nochmal sortieren. Aber trotzdem. Das kann ja da rin. Und noch das. Und das. Das mach ich nachher clean. Oh. Das klingt nach dem Plan. Aber ich glaub, das wart hier schon auch, wa? Also, die Anzahl der Häuser sind ja hier begrenzt. Nun. Ich wollt grad sagen. Oh, hier sind diese. Was schwimmt denn da rum? Was für ein Unjetier. Es brecht ein. Gut. Okay. Okay, 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 okay. So, was, 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 was denn nun jetzt? Was machen wir denn jetzt hier? Äh. Ihr sagt, ich wollte ja, bevor ich hier ein bisschen abgeschwurft bin, hier lang. Ja? Oh, hier lang. Und dann ein bisschen da lang. Und ein bisschen überall lang. Schauen wir mal. So, Funze an. Äh. Drehen. 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 Wohin drehen wir denn? Da lang drehen wir. Das ist ne gute Drehung. Gut. Besser wären sie heute nicht. Wären sie wirklich nicht. Weil ich mach nämlich jetzt zu Feierabend. Hahaha. Ich hoffe, dass ihr euch Spaß macht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Äh. Selbe Stelle. Selbe Welle. Und mal kicken. Vielleicht hab ich ja. Bis morgen. Irgendwas interessantes für euch. Vielleicht find ich ja hier irgendwas schnickelt noch. Also. Bis denn. Ich bin raus. Tschö. Tschö.